Musik Jo meine Freunde, was geht ab euch? Ich bin über hier im Start mit einem Themen-Kommentary mal wieder nach vielen Monaten und Jahren der Abstinenz hier auf meinem YouTube-Kanal. Aber das soll nicht zur Gewohnheit werden, meine Freunde, denn die Lunte brennt mal wieder bei mir. Und ich habe auch schon damals gesagt, wenn mich ein Thema sehr, sehr reizt oder bedrückt, dann werde ich darüber ein Video machen. Und es ist mal wieder soweit. Ihr habt es geschafft, kleine Kinder. So, ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich fange einfach mal, Freischnauze hier ein bisschen an, reinzutalken. Denn, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, in der letzten Zeit spiele ich mal mit dem ein oder anderen YouTuber, was ich ja früher nie gemacht habe. Ich befinde mich schon seit 2007 hier auf YouTube, produziere Counter-Strike-Content. Es gibt im internationalen Bereich keinen einzigen Kanal, der Counter-Strike-Only ist und den es seit 2007 gibt. Da wurde ich geboren. Beziehungsweise, mein Kanal wurde 2006 aufgemacht, aber 2007 wurde das erste Video geüploadet. Könnt ihr euch auch anschauen. Ist auch immer noch hier auf meinem Kanal vertreten. So, beziehungsweise, nee, das kam, glaube ich, 2008 hoch. 2007 hatte ich hier mal ein Public-Frag-Movie. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, meine Freunde, habe ich anscheinend das absolute Recht hier auf YouTube, alleinig Counter-Strike-Content hochzuladen. Denn kein anderer Kanal ist berechtigt, Counter-Strike-Content mittlerweile hochzuladen. Zum Beispiel Rewi. Minecraft-YouTuber, er darf kein Counter-Strike hochladen, denn er versaut ja die krass coole deutsche Community, die ich eh schon versaut habe, weil ich bin ja der toxikste Spieler überhaupt. Ich sag ja in jedem meiner Videos, dass alle Hurensöhne sind. Ja, ist genau mein Wortlaut. Alle, die besser sind, als ihr cheaten und ihr beleidigt die immer, auch wenn die 500 zu 0 Sets haben mit 10 Stunden Accounts. Ich bin Silver, ich weiß sowas. Ähm, meistens gegen die Typen, gegen die ich spiele. Ich komme rein, ich werde beleidigt, ich sage gar nichts, ich mutee einfach und gut. Aber ich bin der Toxic-Boy. Und wir haben auch dann irgendwie an, wenn wir gewinnen. Und die haben aber alle nicht an, die sind alle clean. Und da zum Beispiel kommt demnächst auch mal ein kleines Video auf euch zu. Mal mit Toxic-Deutschen Spielern, die auch reincheaten. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, meine Freunde, vom Ende des Matches. Und wir haben wirklich gar nichts gesagt. Bingo, bango, bongo, bongo, bisch, bach, borscht. We did it. Lasst euch nur schön wieder hoch auf Global boosten, ihr kleinen Lows, Alter. Ihr seid DMGs, mehrfach nichts. Ihr seid einfach nur DMGs. Bist du krass, hallo? Bist du krass? Ich hab auf meinem Main gecued, in 10 Sekunden finde ich auf Global das Zeit. Aber ihr auf eurer Hack-Eihlung braucht 5 Minuten. Ja, ihr scheiß LOW, Alter. Wir kleinen Untermenschen, die halbstarken Internet-Boys, Alter. Oh. Ja, sagt der Hacker, oder was? Was, what the fuck? Oh, wir dead. Mh, das hat lecker geschmeckt, meine Freunde. Ja, das sind die Leute, die so Threads auf 99damage und Reddit und hltv.org gegen mich aufmachen. Dass ich cheate, dass ich mit Cheatern spiele, dass ich ein gebusteter Global bin, dass ich Toxic bin, dass ich ein Hornsum bin und all das zusammengefasst. Ja, das sind die richtigen Leute dafür. Und ja, meine Freunde, ich muss euch leider enttäuschen, seit 4 Monaten gebürtiger Global auf 4 verschiedenen Accounts, auch teilweise Duo-Q hochgespielt, ohne einen Swimbrings, ohne einen Crystal. Und stellt euch vor, auch der Vorwurf, dass Crystal nur mit uns spielt, dass er uns hochboostet. Meine Freunde, nach Global gibt es keinen Rank mehr, ob ihr es glaubt oder nicht. Da kommt nichts mehr. Und stellt euch vor, ich kenne beide schon, egal ob Swimbrings oder Crystal, seit 7 Jahren und natürlich, mit Swimbrings stand ich öfters als mit Crystal, aber Swimbrings ist unser Top-Fragger. Aber mit wem soll er jetzt spielen? Mit Get Right, Negger? Oder mit wem? Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema und zwar, dass ich mit anderen YouTubern verkehre. Ich hoffe, nur Homo. Jetzt zum Beispiel mit Revi, Izzy, Stegi, Master Scorpion, Monte, Unge, wie auch immer. Obwohl ich teilweise die Leute schon über 1-2 Jahre kenne. Und die jetzt endlich mit CSGO-Content anfangen und ich die Chance sehe, mit denen endlich mal Videos zu machen. Und das hat auch gar nichts mit so Cross-Promotion-Dingens da zu tun, dass ich da irgendwie Fame abgreifen will oder Subs. Ich habe genügend. Und auf Socialplay läuft es echt gut. Vielen Dank dafür. Ihr könnt mich auch jetzt gerne abonnieren, ein Like da lassen und auch den neuesten Kajal stellen, der da unten per RefLink mit eingebettet ist. Nein. Aber das hat mit Cross-Promotion eigentlich wenig zu tun. Aber kann man machen. Revi ist ein cooler Typ. Izzy habe ich kennengelernt. Stegi habe ich kennengelernt. Macht Spaß. Marcel Scorpion habe ich heute Matchmaking zusammen mit ihm gespielt. Kommt bei mir geschnitten hoch. Habe ich Bock drauf? Mache ich. Ganz einfach, weil das Match ganz cool war. So. Ob man da jetzt dadurch Subs abgreift, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht nötig, denn bei meinem Kanal läuft es echt gut. Und ihr müsst mal überlegen, ich habe fast 400.000 Abonnenten. Davon fast alle deutsch. Das bedeutet, jeder 200.000 in Deutschland kennt mich. Und ich konnte auf der Gamescom keine 5 Meter laufen, ohne dass mich jemand erkannt hat. Und das ist echt schon fast too much für mich, ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht mit einer Million Subs rumnudel und dass man bei jedem Video meinen scheiß Face irgendwo sieht. Sonst könnte ich gar nicht mehr auf die Straße gehen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Ball bereits Famous in den Screeds unterwegs ist und sich meine täglichen Fragen nur darum drehen, ob ich mir den Versace Bademantel in Rot oder Weiß koppen soll. Oder mit welchem Bastard ich einfach als nächstes spiele. Und deswegen wird das Ganze gemacht. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, mit wem oder mit was ich irgendwas mache, denn ich bin 26 Jahre alt. Ich bin schon ein sehr, sehr großer Junge, meine Freunde. Ja. Der Biber ist echt schon groß. Ich bin wahrscheinlich älter als, ich sag mal 95% der Leute, die das Video hier wahrscheinlich gerade schauen. Wo wir ja auch wieder beim Thema sind, dass meine Community nur aus 12-Jährigen besteht, was eigentlich rein technisch auf YouTube gar nicht sein kann. Sonst hätten die schon mit 5 angefangen, meine YouTube-Videos zu schauen. Und auch auf der Gamescom habe ich keine 12-Jährigen vernommen. Die waren alle mindestens 15 Jahre alt, gingen hoch bis 18, 19, 20 und selbst ein 30-Jähriger hat sich nochmal bei uns recht herzlich für die gute Abendunterhaltung der Livestreams bedankt. Und selbst wenn ich nur 12-Jährige hätte, die meine Videos schauen, wäre das noch nicht mal schlecht, denn ich habe ja eine gewisse Vorbildfunktion, die muss man auch nicht unbedingt einnehmen. Denn dafür sind ja auch eigentlich die Eltern zuständig. Aber ich denke mal falsch, da ein bisschen jüngeres Publikum da ist, möchte ich doch gewisse Werte vermitteln. Und das sind zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit da sich mit belanglosen Sachen beschäftigt. Ja, wie zum Beispiel, wer geboostet ist und wer auf welchen Rank gehört. Dann lieber einfach mit seinen Freunden daddeln, anstatt so ellenlange Kommentare zu schreiben, wie kacke alle anderen sind, damit man sich damit selbst ein bisschen profilieren kann. Das finde ich an sich nicht so toll und das sollten ja auch die Jüngeren doch bitte mal unterlassen und vielleicht einfach mal mit ihren Freunden zocken. Da sind wir nämlich schon direkt beim nächsten Thema. Der Revi ist ein geboosteter MG, also Master Guardian. Also erstmal, dieser Rank ist für mich auch komplett irrelevant. Ich erkenne auch keinen Unterschied zwischen Silver und Gold und zwischen Gold und MG. Ich erkenne einfach keinen Unterschied. Also der größte Unterschied merke ich wirklich bei Global durch die ganzen VAC Bunwaves. Es gibt Globals, die spielen echt wie fucking Global und es gibt Globals, die spielen wie Goldnova und es gibt Globals, die cheaten halt rein, wie unser Freund vorhin von dem Videoausschnitt und denken, die wären krass und sagen, dass wir auch noch cheaten und geboostet sind und so weiter. So, die ganze Sektion gibt es. Ich weiß nicht, zu was ihr gehören wollt. Ich sage mal, meines Erachtens wäre es cool, wenn man auf Global Niveau spielt und sich da auch halten kann, ohne irgendwelche Zusatzmittel. Was wir ja zum Beispiel hinbekommen. Und ich predige ja schon auch Ewigkeiten, dass der Rank eigentlich auch gar nichts auszusagen hat, was denn der letztendliche Skill ist. Denn der Skill setzt sich aus vielerlei Sachen zusammen. Es ist das Movement, es ist das Aiming, es ist die Teamkommunikation, es ist das Ansagen, es ist das Gameplay, es ist Gamesense. Es sind so viele verschiedene Faktoren, die damit zusammenhängen. Und wie gesagt, wenn ihr Duo-Q oder Solo-Q oder was auch immer ihr spielt, könnt ihr einfach nicht schnell hochkommen. Ihr müsst einfach in einem Team zusammenspielen. Das habe ich schon in den ersten beiden CSGO Basics erklärt. CSGO, ein 5 gegen 5 Teamspiel. Es macht keinen Sinn, es alleine zu spielen. Und ihr bekommt vier betrunkene Russen rein oder vier bekiffte Franzosen oder irgend so einen Scheiß. Ich kenne es. Auf Global ist es ganz extrem. Da gibt es auch extrem krasse Skillunterschiede, wie ich auch gerade schon erklärt habe. Und deswegen spielt einfach mit vier Kollegen, dass ihr zu fünft, einfach Premier zockt. Dann bekommt ihr nämlich nicht das, wovor ihr Angst habt, nämlich einen geboosteten Revi ins Team, der ja MG gar nicht verdient hat. Ja? Dann müsst ihr euch über so Sachen gar nicht Gedanken machen. Oder die ganzen neuen Minecraft-Faggits, die dazu kommen. Habt ihr doch alle gar keine Probleme. Die kommen doch gar nicht zu euch. Wenn, dann spielt ihr gegen die. Und da ihr ja allesamt so unglaublich krass seid, könnt ihr die ja auch easygoing wegbügeln. Oder sehe ich da was falsch? Also diese ganze Argumentation ist komplett hinfällig. Also jeder, der auf Global ist, ist geboostet und spielt nicht so. Wenn man krass spielt, ist man ein Cheater. Wenn man auf DMG queut, ist man am Smurfen und ein Hurensohn. Also alles ist scheiße. Ich glaube, ihr seid einfach mad, wenn ihr schon aufsteht. Das gilt natürlich nicht für alle, sondern nur für die Kommentarschreiber. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Also, keine Ahnung, beschäftigt euch mit was anderem, sucht euch ein paar Freunde. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bin noch ein bisschen Geld zählen, weil, ja, muss einfach gemacht werden. Haut rein! Achso, falls du dich gerade fragst, wie der Song heißt. Guck mal rechts, siehst du das? Siehst du das? Hat so einen Entcut an sich, kann man draufklicken. In der Beschreibung ist auch nochmal alles verlinkt. Aber du bist ja Global, oder? Ja, hat ein Global so an sich. Haut rein!